Marc Wieser, der DHC Biel hat den 3-Break geschafft. Wenn man das Spiel heute mit dem Spiel 1 vergleicht, habt ihr die offensiven PS nie gleich aufs Eis gebracht wie in dem Spiel 1. Ist die Einschätzung richtig? Mir ist es ein bisschen reinkommen, dass weniger Emotionen im Spiel waren. Vielleicht hat Biel das auch nicht zulassen. Phasenweise habe ich das Gefühl, wir haben schon gut gespielt. Lange hat das nicht angekippt, aber ich habe das Gefühl, mit etwas mehr Glück hätte es heute auch gelangen. Sie sprechen es gerade an. Ein bisschen Glück hätte es auch gebraucht. Gut eine Minute vor Schluss laufen sie allein aufs Goal. Die Möglichkeit zum Ausgleich. Aber Hand aufs Herz. Wäre der Ausgleich wirklich verdient gewesen? Es ist schwierig, ob es verdient war oder nicht. Wir hatten ihn genommen. Ich hatte heute genug Chancen, um ein Goal zu schiessen. Es wollte heute nicht. Ich hoffe, in Biel klappt es dafür wieder.